Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Super League Monster, ne nicht Monster Tutorial, sondern Dimensions Release Tutorial, ne Dimensions Verteidigungs Tutorial natürlich und zwar heute geht es um nichts anderes als den Feuer Apophis. Ja, wie auch schon bei dem Dark Apophis der gestern da war, ist hier die Nummer 1, wenn ihr Viecher habt die euch immunisieren und Leute mit viel Widerstand. Dadurch, dass ihr den, wenn ihr den Feuer Titan bestreitet, habt ihr auch einige Monster, die viel Widerstand brauchen wegen seinem Durst Debuff. Diese Monster solltet ihr auf jeden Fall hier mit einsetzen, nach wie vor das Death Down bringt gar nichts, also nehmt ihr da vielleicht noch als Ersatz eine Feuerkura als Heiler mit und alles drum und dran, aber gehen wir doch mal gerade rein in den Kampf. Äh, ich hab hier bei Raola wie immer kein aufgestelltes Team, ich geh mit dem Autokampf einfach mal rein, damit wir sehen, was er hier genau macht. Also wie gesagt, ihr werdet hier auch mit Leuten, die wieder immunisieren können und sowas, ähm, ganz gut fahren, ich wiederhole mich, ich weiß, aber die, äh, Wett Scherazade ist hier eigentlich auch Nonplusultra. Ja, machen wir mal gerade vielleicht ein bisschen leiser. So, Blenden hilft er auch sehr gut und alles drum und dran. Attackdown natürlich und dann seht ihr, er macht auf jeden Fall ein Schwäche-Aufdecken-Buff, Debuff gegen uns, für ihn ist es dann natürlich ein Buff. Und er greift genauso wie der Titan auch erst links an und dann rechts an. Hier hat er auch eine Schwäche-Aufdecken auf zwei Monster geschmissen. So, er kann leider noch etwas weiteres, das wird jetzt mit dem Zaun von Apophis auftauchen und zwar das Schwächen. Ja, wir haben die A-Karte in dem Fall, wir können geschwächt werden. In dem Fall halt mit Leuten, die uns immunisieren können, wäre dieser Debuff direkt weg. Da dürft ihr selbstverständlich auch, wenn es nicht dem Element gegenüber steht, könnt ihr da auch die Light Bust mitnehmen. Das ist vollkommen egal, sie immunisiert ja ebenfalls. Dann habt ihr da schon wieder jemanden für beide Lines. Also, ich würde auch empfehlen, dass ihr die besten Monster in die erste Line mit reinzieht und die Ersatzmonster sind ja so lala. Die ersten sollten schon mit am meisten machen in dem Fall, weil die zweiten kommen ja unbestimmt drauf und die ersten könnt ihr ja bestimmen, wie sie draufkommen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, die besseren Monster in die erste Line zu ziehen, euch die Angriffstaktik gut zu überlegen. In dem Fall braucht ihr jetzt keinen Debuffer oder jemanden, der das Schild runterreißt, so wie zum Beispiel bei Wood oder Lass mich nicht lügen. Ich glaube, Licht macht das auch, aber da kommen wir auf jeden Fall dann dazu, wenn es soweit ist. In dem Fall lassen wir das jetzt auch einmal durchlaufen, weil viel weiter komme ich mit Raola, glaube ich, eh nicht als Level 4 oder 5, leider. Aber dafür sind die Monster halt, die hier stehen, echt viel zu schwach. Aber die ist auch noch nicht so weit, die Kleine, ne? Ich glaube, mit Buxo habe ich heute Level 35 oder so geschafft. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich bin auch mit einem sehr bi-rationalen Team unterwegs. Auch da mit wenig Immunisierung und sowas hat alles rum und dran, weil ich noch nicht die Muße hatte, alles in die Sherazaden zu stecken. Was ich aber auf jeden Fall, um weiterzukommen, auf jeden Fall machen muss. Genauso wie in Glinda eine L-Bust habe ich. Ich glaube, ich habe sogar noch eine zweite Auflage, da muss ich mal gucken. Und dann werde ich das Ganze auf jeden Fall nochmal in Kombination mit Backstore durchgehen, wie das Ganze dann 100% aussehen sollte. Das Abschirmen allgemein bewahrt uns nochmal vor Schaden. Also selbst wenn ihr den Debuff abkriegt, ist das natürlich auch richtig stark noch zu haben, dieses Abschirmen von der Kura. Also schaut euch nicht, auch gegen Feuer eine Kura mitzunehmen. Ebenfalls ist ja auch gut, weil sie noch die SP bei allen anderen Monstern mit auffüllt. Aber das kommt natürlich dann auch in dem Tutorial zu Kura, wenn sie endlich an der Reihe ist. Und ich glaube aktuell stehe ich jetzt, ja sind die Naht 5 Typen, die noch hochgeladen werden, beziehungsweise alle nach und nach freigeschaltet werden. Und die Naht 4 Typen sind jetzt schon in den Startlöchern. So und dann kann sich der Kampf doch schon sehr sehr lange hinziehen. Oh, ich sehe auch gerade, wir stehen nur auf Stufe 1. Hahaha, okay. Und dann erreichen wir ja eigentlich das, was immer angepriesen worden ist und zwar, dass wir hier bis zur Runde 20 kommen. Schaffen wir das? Ich glaube nicht, die werden uns jetzt nach und nach verrecken hier. Also ein paar Level zu machen, wäre jetzt noch genial gewesen, aber man kann nicht alles haben leider. Ihr seht auch Kura ganz stark im Hallen, also gar keine Frage. Kura würde ich jetzt auch nach wie vor als Nonplusultra-Monster sehen. Und dann kommt hier der Schreckensangriff einmal von dem und dann war es das. Ja, also, was nehmen wir als Resümee mit? Viel Widerstand. Immunisierer nach wie vor. Solltet ihr mitnehmen und dann bastel ich euch auf jeden Fall mit Bexel da mal ein richtig nices Team zusammen, wenn ich mich endlich dazu durchgerungen habe, mir ein paar Sherazaden zusammenzubasteln. Also E2 sollte für den Anfang erstmal reichen, für die linke Seite oder für die rechte Seite, je nachdem. Hier ist es halt leider so, dass die linke Line oder die rechte Line auch wieder separat arbeitet und halt nicht hingeht und jetzt zum Beispiel die Lichtbasis auf der rechten Seite euer komplettes Team immunisiert. Deswegen braucht ihr da schon eine Vielfalt an Immunisierern. Ja, schaut euch die Skits von den Monstern an, schaut meine Tutorials zu den Monstern an. Da wird doch bestimmt der ein oder andere dabei sein. Ich muss aber auch dazu sagen, viele Naht5-Typen sind rausgekommen, bevor Apophis kam. Deswegen, ja, müsst ihr damit leider leben, dass da nicht der heiße Tipp dabei ist, dass ihr den zu Apophis gut mitnehmen könnt. Aber wenn ihr seht, da ist ein Immunisierungsmonster mit dabei. Packt es ein, baut es aus. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video wie immer gefallen hat, weitergeholfen hat. Community Discord wie immer unten verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns, 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 wir sehen